Der Spiritelname Deepa. Deepa ist ein Spiritelname für Aspirantinnen mit entweder Gayatri Mantra oder abstrakter Mantra. Und natürlich alle abstrakten Namen können auch allen Aspirantinnen gegeben werden. Deepa heißt die Leuchte, heißt Lampe, heißt Licht. Wenn du den Namen bekommst, Deepa, dann soll das heißen, dass du strahlen willst, dass du leuchten willst, dass du das Licht selbst überall sehen willst und dass du auch selbst Licht verbreiten willst. Ich habe einen längeren Vortrag gegeben über Deepa und so will ich mich jetzt kurz halten. Du kannst den Vortrag anhören auf wiki.yoga-vidya.de-deepa Deepa